Ja, hallo, ich bin Niklas. Ich bin 23 Jahre alt. Ich spiele seit 2005 beim LZLTB und nebenbei mache ich noch als Zeitnehmer und Sekretär meinen Job hier. Hank. Gute Laune. Kraft. Fußball. Finn. Mich mit Freunden treffen, Fußballspielen gehen. Im Ausdauerbereich. Mit wem? Mit meinem ganzen Team. Achso, Joe. Das Turnier in Nerstedt. Pizza. Hank. Ja, ich habe den Arztkoffer. Finn. Ränke. Durchziehen. Weizen-Donnersach. Wasser. Joe. Erstmal Oma. Markus. Ruhepul. Postspiel. Farm. Zipmeter. Erik. Buk. Hank.